Die nördlichen Ostalpen oder einfach Nordalpen sind ein Teil der Ostalpen, der dem Alpenhauptkamp parallel vorgelagert ist. Sie erstrecken sich über etwa 500 Kilometer vom Vorarlberger Rheintal bis Wien und sind bis zu 50 Kilometer breit. Sie sind einer von vier Hauptteilen der Alpenvereinseinteilung der Ostalpen und einer von drei Sektoren der Ostalpen in der internationalen, vereinheitlichten eurographischen Einteilung der Alpen nach Sergio Marazzi. Begriffsklärung Die Definition und Umgrenzung der nördlichen Ostalpen orientiert sich sowohl nach geologischen als auch geografischen Kriterien. Außer den Nordalpen umfassen die Ostalpen gemäß der üblichen Dreiteilung noch die zentralen Ostalpen und die südlichen Ostalpen. In Deutschland, wo der Alpenanteil fast ausnahmslos aus Kalpen besteht, werden die Begriffe Kalkalpen und Nordalpen weitgehend synonym verwendet. Generell sind die nördlichen Kalkalpen aber nur ein Teil der Nordalpen, Einteilung der nördlichen Ostalpen. Die Einteilung der Ostalpen parallel zum Verlauf des Hauptkamms in der Längsrichtung ist geografisch und geologisch sinnvoll. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Gebirgen der Welt werden die Ostalpen durch eine Reihe von Längstälern geprägt. Dazu gehören das Inntal, das Salzachtal, das Enstal und das Murtal. Die geologische Grenze zwischen den nördlichen Kalkalpen und den Zentralalpen folgt auf weiten Strecken diesen Längstälern. Daher wird auch die orographische und touristische Grenze zwischen den nördlichen Ostalpen und den zentralen Ostalpen entlang dieser Linie gelegt. Verlauf der Gebirgszüge Die nördlichen Ostalpen erstrecken sich vom Alpenrheintal in einer Breite von 25 bis 45 Kilometer durch Vorarlberg, Tirol. Die bayerischen Bezirke Schwaben und Oberbayern durch Salzburg, die nördliche Steiermark, Ober- und Niederösterreich. Die Gipfelhöhen der nördlichen Ostalpen sind zwischen Alpenrhein und Steiermark im Wesentlichen bei etwa 2700 bis 3000 Meter konstant und nehmen dann Ostwärts gegen das Wiener Becken bis auf rund 2000 Meter ab. Die hohen Ketten der nördlichen Kalkalpen werden nördlich von den niedrigeren, bewaldeten, etwa 1700 Meter hohen Vorarlpen begleitet. Territoriale Gliederunganteil an den nördlichen Ostalpen haben Deutschland und Österreich. In Deutschland hat der Freistaat Bayern Anteil an den nördlichen Ostalpen. Bayern ist das einzige deutsche Bundesland, das Anteil an den Alpen insgesamt hat. Das Bundesland Baden-Württemberg hat nur dann einen kleinen Anteil an den nördlichen Ostalpen. Wenn die Nordgrenze der Allgäuer Alpen nicht im engeren Sinne, sondern in einem weiteren Sinne gezogen wird und die Erhebung des Adeleck bei Isni mit einschließt. In Österreich haben die Bundesländer Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich und Wien Anteil an den nördlichen Ostalpen. In Bayern befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Allgäuer Alpen, Wettersteingebirge, Karwendel, Ammergauer Alpen, Bayerische Vorarlpen, Berchtesgadener Alpen, Chiemgauer Alpen. In Vorarlberg befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Bregenzer Waldgebirge, Allgäuer Alpen, Lechquellengebirge, Lechthaler Alpen. In Tirol befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Allgäuer Alpen, Lechthaler Alpen, Wettersteingebirge, Miminger Kette, Karwendel, Rofan-Gebirge, Ammergauer Alpen, Bayerische Vorarlpen. Kaisergebirge, Loferer und Leoganger Steinberge, Chiemgauer Alpen. In Salzburg befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Loferer und Leoganger Steinberge, Berchtesgadener Alpen, Chiemgauer Alpen, Salzburger Schieferalpen, Tennengebirge, Dachsteingebirge. Salzkammergutberge, in Oberösterreich befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Dachsteingebirge, Totesgebirge, Ensthaler Alpen, Salzkammergutberge, Oberösterreichische Vorarlpen, Ypsthaler Alpen. In der Steiermark befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Salzburger Schieferalpen, Dachsteingebirge, Totesgebirge, Ensthaler Alpen, Hochschwappgruppe, Mütz-Stegealpen, Raks-Schneeberg-Gruppe. Ypsthaler Alpen, Törnitzer Alpen, in Niederösterreich befinden sich die folgenden Untergruppen der nördlichen Ostalpen. Oberösterreichische Vorarlpen, Raks-Schneeberg-Gruppe, Ypsthaler Alpen, Mütz-Stegealpen, Törnitzer Alpen, Gutensteiner Alpen, Wiener Wald. Das Bundesland Wien hat nur Anteil am Wiener Wald und teilt diese Untergruppe mit Niederösterreich. Gebirgsgruppen nach der Awe Eine Definition der nördlichen Ostalpen und ihrer Unterteilung in einzelne Gebirgsgruppen erfolgt nach Alpenverein Seinenteilung der Ostalpen. Nach dieser werden die nördlichen Ostalpen in die folgenden Untergruppen unterteilt. Abschnitte nach SOI USA Die internationalen vereinheitlichten orographischen Einteilung der Alpen teilt die nördlichen Ostalpen in sieben Abschnitte ein. Die Tiroler Schieferalpen werden nur nach SOI USA zu den nördlichen Ostalpen gezählt. Bei der Awe sind sie Teil der zentralen Ostalpen. Gipfel Der höchste Gipfel der nördlichen Ostalpen ist die Persaierspitze 3036 Meter Ü. A in den Lechtaler Alpen. Die prominentesten Gipfel der nördlichen Ostalpen. Trotz ihrer im Vergleich zu den zentralen Ostalpen, Südalpen und Westalpen deutlich geringeren Maximalhöhen befinden sich unter den Gipfeln der nördlichen Kalkalpen viele besonders prominente Berge. Mit bedeutenden Schattenhöhen. Darunter neun Sog-Ultra-Prominent-Peaks, deren Schattenhöhe mindestens 1500 Meter beträgt. Der Hochkönig ist der sechst prominenteste Berg der Alpen und der prominenteste außerhalb der Zentralalpen. Die folgende Liste führt die 20 prominentesten Berge der nördlichen Ostalpen auf. Der höchste Gipfel der nördlichen Ostalpen, die Persaierspitze, bekleidet in dieser Aufstellung lediglich den 19. Rang. Geologie Die nördlichen Kalkalpen machen einen großen Teil der nördlichen Ostalpen aus. Diesen vorgelagert sind die Fleischzone, das helvetische System und die Sopalpine Molasse. Die Fleischzone entstand aus Ablagerungen einer Tiefseerine, die sich beim Vorschub der Alpen nach Norden gleichzeitig zu den Gosau-Sedimenten in der Kreidezeit und dem Paläogen bildete. Die helvetischen Gesteine zählen zum alten europäischen Kontinentalrand. Liegen überwiegend nördlich der Fleischzone und treten vor allem in den Westalpen auf, reichen aber auch nach Vorarlberg und in das Allgäu hinein. Vereinzelt auch bis Wien. Die Sopalpine Molasse besteht aus Sedimenten, die beim Aufhalten der Alpen während des Paläogens und des unteren Neogens in das damalige Vorland geschüttet wurden und später noch in die Alpenbildung einbezogen wurden. Auch sie reicht von der Schweiz über Vorarlberg ins Allgäu und nur vereinzelt ostwärts bis Niederösterreich. Schutzgebiete Nationalparks In den nördlichen Ostalpen befinden sich drei Nationalparks. Der Nationalpark Berchtesgaden liegt südlich des gleichnamigen Orts in Deutschland im Freistaat Bayern in dem Berchtesgadener Alpen. Er wurde im Jahr 1978 gegründet und hat eine Fläche von 20.808 Hektar. Der Nationalpark Kalkalpen liegt südlich von Steyr in Österreich im Bundesland Oberösterreich in den oberösterreichischen Vorarlpen. Er wurde im Jahr 1997 gegründet und hat eine Fläche von 23.221 Hektar. Der Nationalpark Gesäuse liegt bei Edmond in Österreich im Bundesland Steiermark in den Ensthaler Alpen. Er wurde im Jahr 2002 gegründet und hat eine Fläche von 11.052 Hektar. Biosphärenreservate In den nördlichen Ostalpen befinden sich zurzeit drei Biosphärenreservate. Das Biosphärenreservat Großes Walzertal umfasst das gleichnamige Tal mit der umgebenden Bergwelt in Österreich im Bundesland Vorarlberg in Teilen. Des Bregenzer Waldgebirges und des Lechquellengebirges. Die Gesamtfläche beträgt 19.200 Hektar. Davon befinden sich 4.010 Hektar in den Kernzonen, 12.366 Hektar in den Pufferzonen und 2.824 Hektar in der Entwicklungszone. Das Biosphärenreservat Berchtesgadener Alpen umfasst größere Teil der Berchtesgadener Alpen in Deutschland im Freistaat Bayern. Die Gesamtfläche beträgt 46.742 Hektar. Davon befinden sich 16.982 Hektar in der Kernzone, 3.835 Hektar in der Pufferzone und 25.925 Hektar in der Entwicklungszone. Der Biosphärenpark Wiener Wald umfasst seit 2005 weite Teile des Wiener Walts westlich von Wien. Tourismus Fern-Weitwanderwege Die Via Alpina, ein grenzüberschreitender Weitwanderweg mit fünf Teilwegen durch die ganzen Alpen, verläuft auch durch die nördlichen Ostalpen. Der Rote Weg der Via Alpina erreicht die nördlichen Ostalpen bei Schwarz im Inntal. Er verläuft durch das Karwendel, das Wetterstein, die Miminger Kette, die Lechtaler Alpen, die Allgäuer Alpen, das Lechtquellengebirge und das Bregenzer Waldgebirge bis Feldkirch, wo er die nördlichen Ostalpen verlässt. Der gelbe Weg der Via Alpina erreicht die nördlichen Ostalpen bei Zams am Inn. Er verläuft durch die Lechtaler Alpen und die Allgäuer Alpen, wo er in Oberstdorf endet. Der violette Weg der Via Alpina erreicht die nördlichen Ostalpen bei Trieben. Er verläuft durch die Enstaler Alpen, das Tote Gebirge, die Salzkammergutberge, das Dachsteingebirge, das Tennengebirge, die Berchtesgadener Alpen, die Chiemgauer Alpen, die Bayerischen Voralpen, die Ammergauer Alpen und die Allgäuer Alpen, wo er in Oberstdorf endet. Punkt. Der europäische Fernwanderweg Hefenfähr reicht die nördlichen Ostalpen bei Bregenz. Er führt durch die Allgäuer Alpen und die Lechtaler Alpen bis Zams im Inntal, wo er in die Zentralalpen übertritt. Bergbahnen-Zahnradbahnen In den nördlichen Ostalpen gibt es fünf Zahnradbahnen. Die Bayerische Zugspitzbahn befindet sich in Bayern im Wettersteingebirge. Die Wendelsteinbahn befindet sich in Bayern in den Bayerischen Voralpen. Die Achenseebahn befindet sich in Tirol am Rand des Rofan-Gebirges. Die Schafbergbahn befindet sich im Bundesland Salzburg in den Salzkammergutbergen. Die Schneebergbahn führt auf den höchsten niederösterreichischen Berg, den Schneeberg.